und damit herzlich willkommen zurück vor unserem kampf gegen sephira ich glaube viel einstellen müssen wir nicht, wir können loslegen die zuordnung wir haben so viel dazu bekommen, Kyrus Toy revives all fallen allies wir werden am meisten leben das müsste Yuzo sein ja ok äh, Kompletely Harmony, Recap of all allies over time Das kann man an Hinako koppeln Kaori Mitsui Lazy Kicker, die Zommel damage to one enemy attack und Yashimura Rika Total Analyses increases the user's attack ja wir müssen sich nur herausfinden, welche Tasse er macht ok 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 Wir haben noch ein bisschen距離. Okay, wir gehen! Ja! Wir gehen zwei zusammen, wir gehen! Ja! Wir gehen los. Wir haben noch genug. Wir sind noch gut. Ja. Im Grunde. Holy Palace. Erstmal Defense Boost wieder. Ui! Müssen wir mal austesten. Wir haben noch ein paar Worte. Worte! Äther! Ho 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 ho. 15.000 Leckumio. Vora! die fans runter am arsch let's overdrive noch nicht obwohl ja müssen wir gegenwirken das geht so nicht die magie ach come on haben wir hier etwas sportmäßiges gelernt ja 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 ich kann ich keine liefertige unten lassen das rippt uns ziemlich schnell glaube ich ja die tag ist von der tief ist runter spiel ist runter wir haben das sein und ja das war die bierdose auf kicken eine dose limo dose was passiert oh gott flosse strahl ok aber gucken wir haben nichts mehr diesen schwach ging naja schwach ist relativ aber erstmal brauchen wir all others mp majestic dance keine buff was war das noch mal ab hier ab ja ok da haben wir jetzt den oberdrive raus nie zurück ich dachte jose wäre dran ja doch die kriegen alle das ist leer die fans ab da brauchen wir nichts teilung geht noch leben gehen noch ja das sieht gut aus und dann brauche ich aber im anschluss wieder mp die flügel vernichtet ein bisschen eilung ich bin staun ja musik zur inspiration geht er nach oben sehr schön ja die bin sehr dauernd machen und der regina jetzt wieder der andere auch watch your evil gorge bin ich dabei alle wieder bereit ja 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 power shooter ja blendend ja 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 wir nicht da brauchen wir eigentlich auch nichts und dies ist nicht der stärkste angreifer können wir eigentlich ja flash sagitario ok ordentlich ok i like this i like this so great wave kann ich nämlich da meine die fans daunis noch ein holy palace okay wir machen nur ein einfachen overdrive erst mal ein holy palace und dann gravewave hinterher schi chan los du bist dran nimm dieses geschenk das war nicht ein sehr starkes attack war ziemlich schwach ziemlich schwach minus na gut das müsste fast reichen ja mit glück ja und jetzt finischen danke für die energie äh ja kimi tachiko kimi falduct vork zeige vork ok kosen kone Was für eine Quelle? Okay, und Yuzu und Lime wissen irgendwas. Mal wieder. Wir könnten ja Argo auf sie hetzen. Aber, okay, hier ist mein Labor. Labor? Sie haben sich in der Universität von der Universität herunterladen. Wenn Sie sich in der Universität von der Universität herunterladen. Um auf dem Dach. Ich bin nur ein Freund, aber ich bin nur ein Freund. Von der Schule? Wie ist das? Das Buch. Das ist das? Das ist ein Wissenschaftler. Es gibt in der Universität und der Forschung. Was ist das? Das Buch. Was ist das? Das ist Englisch. Ich weiß nicht, dass ich nicht wissen kann. Das ist ein Beispiel für die Unruhe-Feksche. Ich spreche über die Begründung der Unruhe-Radiation. Ich weiß nicht, dass ich das Thema verstehe. Nein, ich habe das Thema geschrieben. Was ist das? Nein. Ich weiß nicht. Ich habe das Thema gewünscht. 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 Ich weiß nicht, dass ich heute eine gute Idee habe. Ich weiß nicht, dass ich es nach der Zeit gewünscht war. Ich weiß nicht, dass die ÜLi den ganzen hijfen. Es ist eigentlich ein gewünscht. Ich würde machen in FÜL. Aufhängen sind sie auch im Flugzeichen im Theater. Ich glaube, aber... Das ist für die Forschung. Das ist für die Forschung. Die Forschung? Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist, aber... Es gibt ein paar Jahre lang, dass es ein kreisiger Zeit lang ist. Das ist ein kreisiger? Das ist ein kreisiger Gerät. Das ist ein kreisiger Gerät. Ja, aber sicherlich, dass diese Stadt nur die Änderung der Änderung der Änderung der Änderung ist. Und das ist hier. Das ist hier. Das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war's für mich. Hier gibt es auch ein paar Dinge zu dir zu hören. Ein paar Dinge zu hören? Shijou Yuzuki, Shijou Lime. Was sind die beiden? Was bedeutet das? Jetzt wird es langsam interessant. Ist dies genau, ist das eine normale Klasse? Unser Tag, als ich mit dir gesprochen habe, durch diese ganzen Klasse in diesem Klasse entstehen, wurde aber auch so ein Problem. Ich glaube, sie sind die Klasse, die zu entdeckt. Après die Klasse zu erhalten, Oh, oh. もし何か気づいたことがあったら教えてもらえないか? って、言われても… 些細なことで構わないんだ。日常のちょっとした違和感や疑問があれば。 うん、分かった。 じゃあ、フリスペの連絡先交換しようか。友達登録して。 うん? 友達登録… うん? もしかして…やり方がわからない? 普段はこういう機能を使わないからな。 仕方ない。私の端末からサーバーをクラッキングして… ま、待って!やり方を教えるから… これで登録完了。 ほら、友達のところに名前が出てるでしょ? あ… あ… マギ… あ… 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 友達… あ… 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 Gut, dann mache ich ein ganz kurzes Päuschen, mal einen Kaffee trinken oder so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.